Moins und Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Rapsplay. So, wir zocken heute mal weiter. Wir kamen jetzt die letzten Tage irgendwie nicht dazu. Deswegen gab es mal ein paar Tage keine Folgen. Aber jetzt zocken wir erstmal weiter. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Nachschub. Und dann probieren wir das, wenn wir mal ein bisschen hier dranbleiben an dem Spiel. So, wo sind wir stehen geblieben? Wir haben den Endgegner besiegt. Also den, den, äh... Daddy. Genau. Und jetzt müssen wir den Hundekopf nehmen und müssen dann mit dem Hundekopf die Tür öffnen und dann können wir nach draußen. Und dann hauen wir ab und dann ist das Spiel zu Ende. Ja, das wäre schön, ne? Ja, ich glaube draußen läuft die Mutter ja noch rum. Das hat man ja in dieser Sequenz gesehen. Und als wir dann vom Balkon runter geguckt haben... Ich war gespannt. Jetzt gibt es erstmal wieder ewig lange Ladezeiten. Aber da habe ich ja Zeit, ein bisschen was zu quatschen. Obwohl ich schon fertig bin mit Quatschen. Über was denn? Ja, und sonst so? Äh, nee. So, gut. Äh, muss ich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Und mal gucken. Also, was war denn hier? Dreieck? Das Menü, schießen. Okay. Muss ich erstmal gucken. Das war... Ah, ich werde schon rausfinden. So. Ich bin mal gespannt. Da war ja noch der Sohn von denen, oder wer das war, ne? Es waren ja vier Personen. Die Oma, der Sohn, der Vater und die Mutter. Ich schätze mal, man wird alle vier besiegen müssen, dass es dann vier verschiedene Endgegner sind. Aber die Oma, die ist doch schon... äh, tot. Ja. Oder nicht? Ja. Die macht doch eh nix eigentlich. Außer, dass sie verschwindet auf mysteriöse Weise. Die ist bestimmt das Übel des Ganzen, die Oma. Ne. Aber von dem Sohn hat man gar nix mehr gesehen. Ne. Obwohl von der Mutter ja eigentlich auch nix. Ja, die Mutter läuft ja im Garten rum und sucht die Mia. So. So, wir haben ne Pumpgun, wir haben den Hundekopf. Haben wir noch irgendwas drin, was wir mal mitnehmen können? Rupionschlüssel, den hab ich ja eigentlich schon benutzt. Den brauchen wir ja gar nicht mehr. Ey. Müssen wir... Ach du Scheiße, das ist ne komische Steuerung wieder. Nach so vielen PC-Spielen. Wieder play. So. Hundekopf, Hundekopf. Roter Hundekopf. Ah, sind wieder verschiedenfarbige. Ach, das hab ich mir gar nicht gesehen eigentlich, glaub ich, beim Einsammeln. Öffnen oder was? Ja. Ach, jetzt komm mal raus. Du kommst hier nicht raus, ja, danke. Nein. Das ist so ein scheiß Wohnwagen. In dem Wohnwagen hast du bestimmt immer da dran, oder? Keine Ahnung. Vielleicht pennt die, oder? Dann kommen wir eh nicht raus. Das ist fucking zu. Äh. Also, das ist ein Weg nach draußen. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist steinig und schwer. Was ist das? Das Pulver. Was war das? Wir haben auch ne Mordsbude hier stehen, muss ich sagen. Hier ist auch ein Tor. Von der anderen Seite verschlossen. Was ist das? Was ist das? Aha. Warum steht ihr da im Club? Rot und blau. Repsplay. Pillen. Wofür sind Pillen? Nahrungsergänzungsmittel Pillen, die sich auf das Nervensystem auswirken, müssen zur Verwendung zur Arznei verarbeitet werden. Vielleicht muss ich das mit nem Kraut kombinieren und dann kann ich was essen. Da ist was drin? Ich glaub eher, die werden dich heilen, anstatt das. Vielleicht kann ich das mit der Chemikalie. Psychotonikum haben wir bekommen. Ah. Können wir uns das mal? Ich wollte grad sagen, hast du das. Ja, aber nix, da ist irgendwas drin. Oder ist das eine Puppe? Mach die kaputt. Wie macht man nochmal ein Messer? So. Keine Ahnung. Ja, ich hab... Kann man sich ducken. Wir haben die alle drin, oder ne? Das sieht aus, als wäre das unser Speicherraum. Perfekte Pistole. Was willst du denn damit? Weiß ich nicht, mal hier reintun. Wir können hier speichern, lass erstmal hier alles durchsuchen. Telefon. Da unten drunter ist noch was. Das sieht ja mal gar nicht so ekelhaft aus. Antike Münze. Wofür braucht man die Münze? Weiß ich nicht. Ach, guck mal, das ist die Family. Ja. Im normalen Zustand. Aber es sind zwei Kinder. Guck mal. Das ist das andere Kind, die Mia. Watt. 44 MRG, viel Rückschlag, hohe... Okay. Neun. Sechs. Antike Münzen muss man da reintun. Videorekorder, aber ne Videokassette haben wir ja nicht mehr. Ah, da muss man Münzen reintun. Wie viele antike Münzen haben wir denn noch? Seh nicht. Hier. Vier. Würden wir uns irgendwas damit gönnen? Wir müssen drei rein, hier fünf. Was ist das? Wie ist das? Stabilizer, erhöht Dauer auf die Nachladegeschwindigkeit. Pheroid, erhöhen Dauer auf die maximale Gesundheit. Wir können nicht mehr machen, weil... Ich hätte ja trotzdem gern die hier. Ja, nüsste ich aber nix, glaube ich. Oder sollen wir die maximale Gesundheit erhöhen? Das einzige, was wir jetzt machen können. Ne, dann machen wir das einfach mal. Gib mir das. Hol das. Pheroide. Wirken dauerhaft. Ja, das knallt er sich natürlich auch rein. Maximale Gesundheit erhöht. Hier ist noch ein Zettel. Mein Körper fühlt sich immer seltsamer an. Auch ich werde bald wie Mom und Dad sein. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merkt, wäre es aus. Die Frau, mit der sie gekommen ist, Mia, sie weiß etwas. Äh, wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss es herausfinden. Ich muss mehr herausfinden. Serum, Serum. Wir brauchen Serum. Serum, Larum, Löffelstiel. Löffel, Scheiß, der Wichs auch viel. So. Videokassette haben wir keine mehr bekommen. Mia haben wir ja schon geguckt, ne? Ja. Das ist ja das, wo die sich verstecken musste vor dem. Reparatursatz. Dann können wir die Pistole reparieren. Aber wir haben ja eigentlich schon eine Pistole. Hier sitzt sie eine Pistole. Okay, dann speichern wir mal an dieser Stelle. Und dann müssen wir mal unter dem Wagen hier noch gucken. Ja. Okay. Hey. Ja, klar. Gleich gehörte Zoe. Geh mal dran. Ja, ich geh ja dran. Ruhig dich. Du lebst noch? Ja. Du bist der erste, der es so weit geschafft hat. Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das hier rauszukommen? Ja, ich höre mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für Mia. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay. Und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst du es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Das ist dann... Okay. Alte Haus. Nah beim Wasser. Das ist dann nicht so. Hast du das? Ja. Das ist... Aber unter dem Wagen lag noch irgendwas. Wo denn? Ja? Da. Windenmunition. Ja doch Gott. Also hier das ist... Was weiß ich, was das ist. Wenn wir da hinten in dem Regal noch gucken. Welches Regal? Das da. Achso. Fiespulver. Ey, das alte Haus. Nah beim Wasser. Also hier ist Wasser. Aber wie sollen wir da hinkommen, wenn die Tore da geschlossen sind? Vielleicht sind die ja jetzt offen. Und all das... All das Gitterding? Ah beim Wasser. Was ist da oder was? Ja. Hier ist Wasser. Aber so klar. Was ist ekelhaft hier? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Bin ich immer so'n Knack? Was war denn das, Alter? Da war ein Würmer drin oder so. Hier? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich wird jetzt da ähnlich wie der Daddy in einem anderen Haus die Mutter rumlaufen. Was ist das für eine Fliege, Alter? Oh, ist da ein Moskido, oder? Mutiert oder was? Das hier ist das Haus. Guck mal, da waren wir doch schon mal drin. Könnt ihr euch noch erinnern? Nein. Nee? Nein. Warum nicht? Was ist für ein Haus? Ach, wo wir uns versteckt haben. Ja, genau. Als wir Mia gespielt haben in dem Video. Was ist das? Da ist so irgendwas drin. Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Aber wahrscheinlich müssen wir da durch. Kann man doch mal auf seine Uhr gucken. Keine Ahnung. Die Viecher waren aber letztes Mal noch nicht da. Als wir mit Mia hier drin waren. Was steht da? Schieß. Sie ist oben. Geh nicht hoch. Wahrscheinlich werden wir weg. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Wie sollen wir denn da durchkommen? Ja, durchs Wasser können wir auch nicht gehen, ne? Im alten Haus. Ja, geil, ey. Kannst du nicht ne Kerze mitnehmen? Vielleicht gehen die ja dann weg. Sieht wie ein Plan für eine Art Flammenwerfer aus. Ah, wo haben wir das Ding nochmal gefunden? Ich weiß, wo. Ah, draußen auf dem Balkon. Genau, draußen auf dem Balkon. Oh, müssen wir das im anderen Haus wiederholen, oder was? Ne, das war hier in dem Haus. Das haben wir ja in der Sequenz gespielt. Ach ja, genau. Nur, wie kommen wir da hin? Oh, ganz traurig. Oh, kratsch mich beim Rücken gerade. Oh. Ein bisschen höher. Ein bisschen rechts. Anderes rechts. Oh ja, genau da. Oh, ist das geil. Ah. Okay, danke. Bitte. Geh nicht hoch. Oh, der Flammenwerfer lag hier hinten. Karte des alten Hauses. Sehr geil. Galerie und da ist der Flammenwerfer gekommen. Nichts. Karton an? Ne, ne. Hier ist doch dieser Gang. Was musste man hier nochmal? Die Spinne. Ja, ja. Die Spinne haben wir aber nicht. Wo ist die Spinne? Andere Seite. Brennergriff. Hilfe. Wissige Chemikalie. Brennergriff. Oh, hier können wir speichern. Nice. Cool, so. Was macht das doch? Ja, ja. Ich muss erst mal hier. Können wir uns ein bisschen Munition machen? Die Frage, soll man den Griff wegtun? Was ist das hier? Wir können jetzt mehr Objekte tragen. Ah. Der geile Hupe. Backpacker. Okay, dann. Speichern. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich doch hochgehen. Brennergriff. Klar müssen wir hochgehen. Aber was machen wir denn mit dem Brennergriff? Müssen wir, muss da noch irgendwas dran? Eine Gaskartusche oder was? Anscheinend kann ja etwas mit anderen kombiniert werden. Brennergriff mit Brenner. Vielleicht mit Chemikalie? Habe ich keine mehr. Hast du gerade eine gesammelt? Ja, die habe ich gerade kombiniert. Entweder brauchen wir dafür... Entweder brauchen wir dafür... ...einen Brenner... ...also einen Brenner an sich... ...das Brennerstück vorne... ...oder eine Gaskartusche. Hör doch mal ab, ey. Ekelhaft. Ja, echt. Keine Ahnung, wo die Oma ist, ey. Äh, die in die Mutter. Festbrennstoff. Das ist wahrscheinlich. Ein entflammbarer Feststoff, der heftig brennt, wenn er entzündet wird. Kann allein nicht verwendet werden. Kannst dich kombinieren. Why not? Kombinieren. Das kann ich kombinieren. Festbrennstoff mit flüssiger Chemikalie. Wie wiederum dann mit dem Ding? Ja, wir werden noch irgendeinen Teil von irgendwas werden wir brauchen. Oh, ein Albtraum. Die muss man wahrscheinlich... Ah, mach weg. Die muss man wahrscheinlich darunter brennen. Ja, eben. Die Munition. Das mit Sicherheit auch dann was... Ja, alles. Die wird man dann auch abfackeln müssen. Ja, alles. Wir werden alles abfackeln müssen. Guck mal an der Decke oben. Da klebt der auf. Kannst du da irgendwas aufmachen oder so? Schublade. Erste Hilfe, Arznei. Na, mein Name ist halt Dietrich. Was haben wir denn jetzt? Auf der anderen Seite draußen irgendwie. Wie ist das? Noch ein Dietrich. Cool. Psychotonikum haben wir noch bekommen. Flüsspulver. Da hinten kommen wir wahrscheinlich nicht so gut vorbei. Kann mir doch keiner erzählen. Die Viecher sind doch auch von diesem Zeugs besuchen, oder? Ja. Nee, die es gibt keine große. Brennerdüse. Crowd. Brennerdüse, Crowd. Okay, Rocket League wurde installiert. Sehr schön. Okay, dann gucken wir mal. Kombinieren. Uiio. 150. So, da hinten. Probieren wir das mal aus. Das ist aber viel verbraucht, gell? Ja. Das noch nicht alles tut. Okay, dafür brauchen wir ein... Ja, leck mich doch mal. Da. Sogar nicht. Fissige Chemikalie, starke frissige Chemikalie. Da bist du bescheiden. Ja, was mach ich denn jetzt hier? Äh... Wiss ich nicht. Was hast du denn vor? Mit 2 plus 3 Eck. Hier hab ich nur einen Schuss. Ja genau, als könnte man das abziehen. Das hat aber schon was gebracht. Ja! 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 Ja genau, als könnte man das abziehen. Ja! 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 Wirst du, glaub ich, alles verbrennen, oder? Ja! Das ist Pottes! Ist das ein Keller oder so? Oh ne! Es war so klar! Mein Nervs! Ja, jetzt ist die Flamme verleert. Egal. Dinge mussten wir machen. Oder sollen wir jetzt noch speichern gehen? Oh, jetzt wird's ein bisschen spät, g? Ich hab noch ne Münze gefunden. Was soll denn den Keller gehen? Erstmal ein Chip. Besser! Ethan? Oh ne! Ethan! Erzähl keinen Mist mehr mir! Ich will antworten! Ich weiß! Ich weiß! Du hast recht! Und ich wollte es dir ja sagen! Aber ich kann mich nur an wen ich erinnern! Und der Rest ist einfach weg! Danny! Stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum! Tu etwas! Die sind eine Hilfe! Was soll ich tun? Ist ja blöd! Verdammt! Ich hab nicht genug Platz. Was? Das Ding brauchst du doch wieder, oder? Für das Bild oben, oder? Ähm... Ja. Was ist denn du Geld? Weiß ich nicht. Neh mal ein bisschen was. Noch mehr? Da ist noch ne Puppe. Muss man den nochmal kaputt? Habe ich vergessen. Da liegt noch was in der Ecke. Okay. So scheiße, die Viecher. Bleib draußen! Geht wieder. Okay. Ja. Ich kann den nicht durch. Brennstoff. Bist du nicht eben extra einen Rucksack gekriegt vom Flach? Ja. Ich brauch den Brennstoff da. Ich hab aber keinen. Ich muss hier was kombinieren. Ja, ja. Scheiße hier, ey. Du bist rot. Oh, fuck. Ey, wie viel Heilung ich jetzt verschwinden musste dafür. Aber da ist nichts mehr drin. Sich noch aufladen mit Kerzenlicht. Mit Kerzenlicht. Bin ich satt. Magnum-Munition. Jetzt kriegst du damit doch niemals alles weg? Mit dem... Ich kriege. Ja. Mackelt doch noch. Ja, aber die Viecher... Alle noch. Kann man da nicht mit der Pumpgun draufschießen? Hier. Oh, schön. Doch. Aber die... Weniger ist mehr. Ja, doch. Die Idee hätte mir auch vorher kommen können. Oh, crap. Abends. Anzug. Bitte markiere meine Feinde. Denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch. Dreh dir, schick den Kommentar. Denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro... ... ... ...